Und wie gefällt's dir in Norwegen? Ganz gut. Du hast es nicht hier? Nein, kann ich nicht sagen. Wirst du haben. In den Hemmlich alle. Ich wiederhole. Gefreiter Gustav Vogel im Bereich 7 melden. Die Papiere bitte. Es tut mir leid, sie können passieren. Kann ich Ihnen behilfen? Geht weg! Versteckt ihn an. Warum macht der Widerstand so was? Die Papiere bitte. Tut mir leid, sie können passieren. Genau wie diese Überwaffe, die ganz England zerstören soll? Ja, irgend sowas wahrscheinlich. Glaubst du, dass sowas funktioniert? Wenn überhaupt noch weiter durch. Die Papiere bitte. Es tut mir sehr leid, aber ich kann sie nicht reinlassen. Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. Wache! Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Entschuldigung. Die Papiere sehen Sie. UNTERTITELUNG Ah! Achtung! Das war's für heute. Was ist das? Oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 Oh, think I wet my stuff. Let's go.